Thomas Mann, Lotte in Weimar, gelesen von Gerd Westphal Der Kellner des Gasthofes zum Elefanten in Weimar, mager, ein gebildeter Mann, hatte an einem fast noch sommerlichem Tage, ziemlich tief im September des Jahres 1816, ein bewegendes, freudig verwirrendes Erlebnis. Nicht, dass etwas Unnatürliches an dem Vorfall gewesen wäre, und doch kann man sagen, dass mager eine Weile zu träumen glaubte. Mit der ordinären Post von Guter trafen an diesem Tage morgens kurz nach 8 Uhr drei Frauenzimmer vor dem renommierten Hause am Markte ein, denen auf den ersten Blick und auch auf den zweiten noch nichts Sonderliches anzumerken gewesen war. Ihr Verhältnis untereinander war leicht zu beurteilen, es waren Mutter, Tochter und Zofe. Mager, der zu Willkommensbücklingen bereit im Eingangsbogen stand, hatte zugesehen, wie der Hausknecht den beiden Ersteren von den Trittbrettern auf das Pflaster half, während die Kammerkatze, Klärchen gerufen, sich von dem Schwager verabschiedete, bei dem sie gesessen hatte und mit dem sie sich gut unterhalten zu haben schien. Der Mann sah sie lächelnd von der Seite an, wahrscheinlich im Gedanken an den auswärtigen Dialekt, den die Reisende gesprochen, und folgte er noch in einer Art von spöttischer Versonnenheit mit den Augen, in der sie, nicht ohne unnötige Windungen, Raffungen und Zierlichkeiten, sich vom hohen Sitze hinunterfand. Dann zog er an der Schnur sein Horn vom Rücken und begann zum Wohlgefallen einiger Buben und Frühpassanten, die der Ankunft beiwohnten, sehr empfindsam zu blasen. Die Damen standen noch, dem Hause abgekehrt bei dem Postwagen, die Niederholung ihres übrigens bescheidenen Gepäcks zu überwachen, und Mager wartete den Augenblick ab, wo sie beruhigt über ihr Eigentum sich gegen den Eingang wandten, um ihnen so dann, ganz Diplomat, ein verbindliches und gleichwohl leicht zögerndes Lächeln auf dem Käsefarbenen, von einem rötlichen Backenbart eingefassten Gesicht, in seinem zugeknöpften Frack, seinem verwaschenen Halstuch im abstehenden Schalkragen und seinen über den sehr großen Füßen eng zulaufenden Hosen auf dem Bürgersteig entgegenzukommen. »Guten Tag, mein Freund«, sagte die Mütterliche der beiden Damen, »Eine Matrone allerdings, schon recht bei Jahren, Ende fünfzig zumindest, ein wenig rundlich, in einem weißen Kleid mit schwarzem Umhang, Halbhandschuhen aus Zwirn und einer hohen Kapotte, unter der grauses Haar von dem aschigen Grau, das ehemals blond gewesen, hervorschaute. Logis für Dreie brauchten wir also, ein Zweischläfrig-Zimmer für mich und mein Kind. Das Kind war auch die jüngste nicht mehr, wohl Ende zwanzig, mit braunen Korkzieherlocken, ein Kräuschen um den Hals. Das feingebogene Näschen der Mutter war bei ihr ein wenig zu scharf, zu hart ausgefallen. »Und eine Kammer nicht zu weit ab für meine Jungfer, wird das zu haben sein?« Die blauen Augen der Frau von distinguierter Mattigkeit blickten an dem Kellner vorbei auf die Front des Gasthauses. Ihr kleiner Mund, eingebettet in einigen Altersspeck der Wangen, bewegte sich eigentümlich angenehm. In ihrer Jugend mochte sie reizvoller gewesen sein, als die Tochter es heute noch war. Was an ihr auffiel, war ein nickendes, zitterndes Kopfes, das aber zum Teil als Bekräftigung ihrer Worte und rasche Aufforderung zur Zustimmung wirkte, sodass seine Ursache nicht so sehr schwächer als Lebhaftigkeit oder allenfalls beides gleichermaßen zu sein schien. »Sehr wohl«, erwiderte der Aufwärter, der Mutter und Tochter zum Eingang geleitete, während die Zofe eine Hutschachtel schlenkernd folgte. »Zwar sind wir wie üblich stark besetzt und könnten leicht in die Lage kommen, selbst Personen von Stand abschlägig bescheiden zu müssen, doch wären mir keine Anstrengung scheuen, den Wünschen der Damen aufs Beste zu genügen.« »Nun, das ist ja schön«, versetzte die Fremde und tauschte einen heitern Achtungsblick mit ihrer Tochter, ob der wohlgefügten und dabei stark thüringisch-sächsisch gefärbten Redeweise des Mannes. »Darf ich bitten, ich bitte sehr«, sagte Mager, sie in den Flur komplementierend. »Da Empfang ist zur Rechten, Frau Elmenreich, die Wirtin des Hauses, wird sich ein Vergnügen draus machen. Ich darf wohl bitten.« »Frau Elmenreich«, einen Pfeil in der Frisur, die hochgegürtete Büste wegen der Nähe der Haustür von einer Strickjacke umhüllt, thronte bei Federn, Streusand und einer Rechenmaschine hinter einer Art von Ladentisch, der den nischenartigen Büroraum von der Diele trennte. Ein Angestellter, von seinem Stehpult hinweggetreten, verhandelte seitlich auf Englisch mit einem Herrn im Kragenmantel, dem die beim Eingang aufgehäuften Koffer gehören mochten. Die Wirtin, phlegmatischen Auges mehr über die Ankömmlinge hinwegblickend als von ihnen Notiz nehmend, erwiderte den Gruß der Älteren, den angedeuteten Knicks der Jungen mit würdiger Kopfneigung, vernahm die vom Kellner vermittelte Zimmerforderung hingehaltenen Uhres und ergriff einen gestielten Hausplan, auf dem sie eine Weile die Bleistiftspitze herumführte. »Siebenundzwanzig«, bestimmte sie gegen den grünbeschürzten Hausdienergewand, der mit dem Gepäck der Damen wartete. »Mit einer Einzelkammer kann ich nicht dienen, die Mamsel müsste das Zimmer mit der Jungfer der Gräfin Larisch von Erfurt teilen. Wir haben viele Gäste mit Dienerschaft im Hause.« Das Klärchen zog hinter dem Rücken ihrer Herrin ein Maul, doch diese war einverstanden. »Man werde sich schon vertragen«, erklärte sie, »und bat, schon zum Gehen gewandt, auf das Zimmer geführt zu werden, wohin gleich auch die Handkoffer gebracht werden möchten. »Als bald, Madame«, sagte der Kellner, »nur eben noch diese Formalität wäre nebenher zu erfüllen. Um Lebens- oder Sterbenswillen bitten wir uns ein paar Zeilen aus. Nicht unser ist die Pedanterei, sondern der heiligen Herr-Mandat. Sie kann nicht aus ihrer Haut. Es erben sich, möchte man sagen, Gesetz und Rechte wie eine ewige Krankheit fort. Dürfte ich wohl um die Güte und Gefälligkeit ersuchen?« Die Dame lachte, indem sie wieder nach ihrer Tochter blickte und belustigt erstaunt den Kopf schüttelte. »Ja, so«, sagte sie, »das vergaß ich alles, was sich gehört. Übrigens ist er ein Mann von Kopf, wie ich höre.« Sie gebrauchte die Anredeform, die noch in ihrer Jugend üblich gewesen sein mochte. »Wohl belesen und Zitaten fest. Geh' er her!« Und an den Tisch zurücktretend nahm sie mit den feinen Fingern ihrer nur halbbekleideten Hand den an einer Schnur hängenden Kreidestift, den die Wirtin ihr reichte, und beugte sich noch immer lachend über die Meldetafel, auf der schon ein paar Namen standen. Sie schrieb langsam, indem sie allmählich zu lachen aufhörte und nur noch kleine amüsierte und seufzerartige Laute und Nachklänge ihrer verstummenden Heiterkeit nachfolgen ließ. Das nickende Zittern ihres Nackens machte sich dabei, wohl infolge der Unbequemlichkeit ihrer Stellung, deutlicher als je bemerkbar. Man sah ihr zu. Von der einen Seite blickte die Tochter ihr über die Schulter, die hübschen, ebenmäßig gebogenen Augenbrauen. Sie hatte sie von der Mutter zur Stirn gehoben, den Mund mokant verschlossen und verzogen und andererseits eugte, halb nur zur Aufsicht, ob sie die rot markierten Rubriken richtig benutzte, halb auch aus Kleinstädter Neugier und mit jener von Bosheit nicht ganz freien Genugtuung darüber, dass für jemanden der Augenblick gekommen war, die gewissermaßen dankbare Rolle des Unbekannten aufzugeben und sich zu nennen und zu bekennen, Kellner Mager ihr in die Schrift. Aus irgendeinem Grunde hatte auch der Büroverwandte und der britische Reisende ihr Gespräch unterbrochen und beobachteten die kopfnickende Schreibende, die mit fast kindlicher Sorgfalt ihre Buchstaben zog. Mager las, blinzelnd, Hofrätin, Witwe, Charlotte Kästner, geborene Buff von Hannover, letzter Aufenthalt Goslar, geboren am 11. Januar 1753 zu Wetzlar, nebst Tochter und Bedienung. »Genügt das?«, fragte die Hofrätin, »und da man ihr nicht antwortete, beschloss sie selbst, das muss genügen.« Damit wollte sie den Griffel energisch auf die Tischplatte legen, vergaß, daß er nicht frei war und riß den Metallständer um, an dem er hing. »Wie ungeschickt«, sagte sie errötend, indem sie aber mal seinen raschen Blick auf ihre Tochter warf, die spöttisch verschlossenen Mundes die Augen gesenkt hielt. »Nun, das ist bald wieder hergestellt und alles wäre getan. Machen wir endlich, daß wir aufs Zimmer kommen.« Und mit einer gewissen Hast wandte sie sich zum Gehen. Tochter, Jungfer und Kellner, der glatzköpfige, schachteln- und reisetaschentragende Hausknecht hinterdrein, folgten ihr über den Flur zur Treppe. Mager hatte nicht aufgehört zu blinzeln. Er fuhr unterwegs damit fort, und zwar so, daß er in Intervallen immer drei- oder viermal sehr rasch mit den Liedern nickte und dann eine Weile mit den geröteten Augen unbeweglich blickte, wobei er den Mund auf eine gewisse, nicht blöde, zu nennende, sondern sozusagen fein geregelte Weise geöffnet hielt. Es war auf den Dielen des ersten Treppenabsatzes, daß er die Gruppe zum Stehen brachte. »Umvergebung«, sagte er, »recht sehr umvergebung, wenn meine Frage, es ist nicht gemeine und unstatthafte Neugier, die, sollten wir den Vorzug haben, mit Frau Hofrätin Kästner, Madame Charlotte Kästner, der geborenen Buff aus Wetzlar, die bin ich«, bestätigte die alte Dame lächelnd. »Ich meine, sehr wohl, gewiss doch, aber ich meine, es handelt sich also am Ende doch wohl nicht um Charlotte, auch kürzer, Lotte Kästner, geborene Buff aus dem Deutschen Hause, dem Deutschordenshause zu Wetzlar, die ehemalse, um eben die, mein Guter. Aber ich bin gar nicht ehemalig, ich bin hier sehr gegenwärtig und wünschte wohl auf das mir zugewiesene Zimmer. »Unverzüglich«, rief Mager und nahm mit gesenkter Stirn einen Anlauf zum Weitereilen, blieb dann aber doch wieder an die Stelle gewurzelt stehen und schlang die Hände ineinander. »Du liebe Zeit«, sagte er mit tiefem Gefühl, »du liebe Zeit. Frau Hofrätin, Frau Hofrätin mögen verzeihen, wenn meine Gedanken sich nicht so gleich an die hier waltende Identität und die sich eröffnende Perspektive, dies kommt sozusagen aus heiterem Himmel. Das Haus hat also die Ehre und die unschätzbare Auszeichnung, die wahre und wirkliche, das Urbild, wenn ich mich so ausdrücken darf, mit einem Wort, es ist mir beschieden. Vor wer das Lotte, dem wird wohl so sein, mein Freund«, entgegnete die Hofrätin mit ruhiger Würde, indem sie der kichernden Zofe einen verweisenden Blick zuwarf. »Und wenn es für ihn ein Grund mehr wäre, uns reisemüden Frauen nun ungesäumt unser Zimmer zu zeigen, so wollte ich's wohl zufrieden sein.« »Im Augenblick«, rief der Markeur und setzte sich in Eilschritt, »das Zimmer Nummero 27, mein Gott, es liegt über zwei Treppen. Sie sind bequem, unsere Treppen, wie Frau Hofrätin bemerken. Aber hätten wir geahnt, es hätte sich zweifelsohne trotz unserer Besetztheit, immerhin das Zimmer ist ansehnlich. Es blickt vorn heraus, auf den Markt, und dürfte nicht missfallen. Noch kürzlich haben Herr und Frau Major von Eglowstein aus Halle dort logiert, als sie zu Besuch ihrer Frau Tante, der Frau Oberkammerherrin gleichen Namens, hier weilten. Oktober 13 hatte es ein Generaladjutant seiner kaiserlichen Hoheit, des Großfürsten Konstantin, inne. Das ist gewissermaßen eine historische Erinnerung. Aber du mein Gott, was rede ich von historischen Erinnerungen, die für einen Menschen von Saint-Dimant nicht im Mindesten den Vergleich aushalten mit nur wenige Schritte noch, Frau Hofrätin. Von der Treppe sind es nur noch ganz wenige Schritte diesen Korridor entlang. Alles frisch geweißt, wie Frau Hofrätin sehen. Wir haben seit Ende 13 nach dem Besuch der Donn'schen Kosaken durchgehend renovieren müssen. Treppenzimmer, Gänge und Konversationsräumlichkeiten, was vielleicht längst überfällig gewesen wäre. Nun haben die wilden Gewaltsamkeiten des Weltgeschehens es erzwungen, woraus die Lehre zu ziehen sein möchte, dass die Erneuerungen des Lebens vielleicht nicht ohne kräftig nachhelfende Gewaltsamkeit zustande kommen. Ich will übrigens nicht ausschließlich den Kosaken das Verdienst an unserer Erfrischung zuschreiben. Wir hatten auch Preußen und ungarische Husaren im Hause. Von den vorangegangenen Franzosen zu schweigen. Wir sind am Ziel, wenn ich Frau Hofrätin bitten dürfte. Er beugte sich, einlassgewährend, mit der Tür, die er angelweit öffnete, in das Zimmer hinein. Die Augen der Frauen streiften in flüchtiger Prüfung die gestärkten Mullvorhänge der beiden Fenster, den goldgerahmten und freilich etwas blindfleckigen Konsolenspiegel zwischen ihnen, die weißgedeckten Betten, die einen kleinen gemeinsamen Himmel hatten, die übrigen Bequemlichkeiten. Ein Kupferstich landschaftlich mit antikem Tempel schmückte die Wand. Der Fußboden glänzte, reinlich geölt. Rechtartig, sagte die Hofrätin. Wie glücklich wären wir, wenn die Damen sich hier leidlich zu behagen vermöchten. Sollte irgendetwas mangeln, hier ist der Glockenzug. Dass ich für heißes Wasser sorge, versteht sich am Rande. Wir wären so überaus beglückt, wenn wir die Zufriedenheit der Frau Hofrätin, aber ja doch, mein Lieber. Wir sind einfache Leute und unverwöhnt. Hab Dank, guter Mann, sagte sie zu dem Hausknecht, der seine Last auf den Gurtbock, den Estrich, abgesetzt hatte und sich entfernte. Und Dank auch Ihnen, mein Freund, wandte sie sich mit entlassenem Kopfnicken an den Kellner. Wir sind versorgt und versehen und möchten uns nun wohl ein wenig. Aber mager stand, unbeweglich, die Finger ineinander geschlungen, die rötlichen Augen in die Züge der alten Dame versenkt. Großer Gott, sagt der Frau Hofrätin, welch buchenswertes Ereignis. Frau Hofrätin, verstehen vielleicht nicht ganz die Empfindungen eines Menschen von Herz dem Unverhofft und wieder alles vermuten ein solches Evenement mit seinen ergreifenden Perspektiven. Frau Hofrätin, sind sozusagen gewöhnt an die Verhältnisse und an dero uns allen heilige Identität. Dieselben nehmen die Sache möglicherweise leger und alltäglich und ermessen nicht ganz, wie es einer fühlenden, von jung auf literärischen Seele, die sich dessen nicht im geringsten versah, zumute sein muss bei der Bekanntschaft, wenn ich so sagen darf, ich bitte um Entschuldigung, bei der Begegnung mit einer vom Schimmer der Poesie umflossenen und gleichsam auf feurigen Armen zum Himmel ewigen Ruhms emporgetrachtenen Persönlichkeit. Mein guter Freund, erwiderte die Hofrätin mit lächelnder Abwehr, obgleich man das nickende Zittern ihres Kopfes, das bei den Worten des Kellners wieder auffallend geworden war, als Zustimmung hätte deuten können. Die Zofe stand hinter ihr und sah dem Manne mit amüsierter Neugier in das fast zu Tränen bewegte Gesicht, während die Tochter sich mit ostensibler Gleichgültigkeit im tieferen Zimmer mit dem Gepäck zu schaffen machte. Mein guter Freund, ich bin eine einfache alte Frau ohne Ansprüche, ein Mensch wie andere mehr. Sie aber haben eine so ungemeine, gehobene Art, sich auszudrücken. Mein Name ist Macher, sagte der Kellner gleichsam zur Erläuterung. Er sagte Macher, nach seiner Mitteldeutsch-Weichen-Sprechweise. Der Laut hatte etwas Bittendes und Rührendes. Ich bin, wenn es nicht überheblich klingt, das Faktotum in diesem Haus, die rechte Hand, wie man es zu nennen pflegt, Frau Elmenreichs, der Besitzerin des Gasthofs. Sie ist Witwe, schon seit Jahren. Herr Elmenreich ist ja leider anno sechs, unter tragischen Umständen, die nicht hierher gehören, dem Weltgeschehen zum Opfer gefallen. In meiner Stellung, Frau Hofrätin, und nun gar in Zeiten, wie unsere Stadt sie durchlebt hat, kommt man mit vielerlei Menschen in Berührung. Es zieht so manche bedeutende Erscheinungen, bedeutend durch Geburt oder Verdienst, an einem Vorüber und eine gewisse Abgebrühtheit. Natürlicherweise greift Platz gegen die Berührung mit hochgestellten, ins Weltgeschehen, verflochtenen Personen und Trägern, Respekt einflößender, die Einbildungskraft aufregender Namen. So ist es, Frau Hofrätin. Allein diese berufliche Verwöhntheit und Abgestumpftheit, wo ist sie nun in meinem Leben nicht, das darf ich bekennen, hat ein Empfang und eine Bedienung mir abgelegen, die mir Herz und Geist bewegt hätte wie die heutige. Wahrhaft buchenswerte. Denn wie es den Menschen ergeht, Es war mir bekannt, dass das verehrungswürdige Frauenzimmer das Urbild jener ewig lieblichen Gestalt unter den Lebenden verweilte, und zwar in der Stadt Hannover. Ich werde jetzt wohl gewahr, dass ich es wusste. Allein dies Wissen hatte keine Wirklichkeit für mich, und nie habe ich mir die Möglichkeit beikommen lassen, diesem geheiligten Wesen irgendeinmal von Angesicht zu Angesicht gegenüber zu stehen. Ich habe es mir einfach nicht träumen lassen. Als ich diesen Morgen, das ist wenige Stunden her, erwachte, war ich überzeugt, dass es sich um einen Tag handelt wie hundert andere. Ein Tag durchschnittlichen Gepräges, angefüllt mit den gewöhnlichen und geläuflichen Funktionen meines Berufes, im Flur und bei Tafel. Meine Frau, ich bin verheiratet, Frau Hofrätin, Madame Macher ist in obgeordneter Stellung in der Küche tätig. Meine Frau wird bekunden können, dass ich kein Zeichen einer Vorahnung von irgendetwas Außerordentlichem gegeben habe. Ich dachte nicht anders, als dass ich mich heute Abend als derselbe Mann wieder zu Bett legen würde, als der ich aufgestanden. Und nun? Unverhofft kommt oft. Wie recht hat der Volksmund mit dieser schlichten Weltbemerkung. Frau Hofrätin, werden meine Wallung verzeihen und auch meine möglicherweise unstatthafte Rätseligkeit. Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über, sagt der Volksmund in seiner nicht weiter literärischen und doch so treffenden Art. Wenn Frau Hofrätin die Liebe und Verehrung kennten, die ich sozusagen von Kindesbeinen für unseren Dichterfürsten, den großen Goethe hege, und meinen Stolz als Weimarer Bürger darauf, dass wir diesen erhabenen Mann den unsrigen nennen, wenn dieselben wüssten, was insbesondere gerade des jungen Werters leiden, diesem Herzen von jeher. Aber ich schweige, Frau Hofrätin, ich weiß wohl, es kommt mir nicht zu, wenngleich ja die Wahrheit ist, dass ein so sentimentalisches Werk wie dieses allen Menschen gehört und hoch und niedrig mit den innigsten Wallungen beschenkt, während allerdings auf Produkte wie Iphigenia und die natürliche Tochter vielleicht nur die höheren Schichten Prätentionen mögen machen dürfen, wenn ich denke, wie oft Madame Macher und ich uns zusammen bei der Abendkerze mit zerflossenen Seelen über diese himmlischen Blätter gebückt haben und mir in einem damit klar mache, dass in diesem Augenblick die weltberühmte und unsterbliche Heldin derselben mir in voller Leiblichkeit als ein Mensch wie ich. Um's Himmels Willen, Frau Hofrätin, rief er und schlug sich mit der Hand vor die Stirn. Ich rede und rede und jählings schießt es mir einsiedend heiß, dass ich ja noch nicht einmal gefragt habe, ob Frau Hofrätin denn überhaupt schon Kaffee getrunken haben. Danke, mein Freund, erwiderte die alte Dame, die dem Erguss des Biedermannes verhaltenen Blickes und dabei mit leicht zuckendem Munde zugehört hatte. Wir haben das zeitig getan. Im Übrigen, mein lieber Herr Mager, gehen Sie viel zu weit bei Ihren Gleichsetzungen und übertreiben gewaltig, wenn Sie mich oder auch nur das junge Ding, das ich einmal war, einfach mit der Heldin jenes viel beschriebenen Büchleins verwechseln. Sie sind der erste Nicht, den ich darauf hinweisen muss. Ich predige es vielmehr seit vierundvierzig Jahren. Jene Romanfigur, die freilich ein so ausgebreitetes Leben, eine so entschiedene und gefeierte Wirklichkeit gewonnen hat, dass einer kommen und sagen könnte, sie sei die Eigentliche und Wahre von uns beiden. Was ich mir aber denn doch verbitten wollte, dies Mädchen unterscheidet sich gar sehr von meinem einstigen Selbst, mein Gegenwärtiges ganz beiseite zu lassen. So sieht ja ein jeder, dass ich blaue Augen habe, während Werters Lotte bekanntlich schwarzäugig ist. Eine dichterische Lizenz, rief Mager. Man müsste ja nicht wissen, was das ist, eine dichterische Lizenz. Und sie vermag doch, Frau Hofrätin, von der waltenden Identität kein Titelchen abzudingen. Möge der Dichter sich ihrer zum Zweck eines gewissen Kasch-Kasch bedient haben, um ein wenig die Spur zu verwischen. Nein, sagte die Hofrätin mit abweisendem Kopfschütteln. Die schwarzen Augen kommen woanders her. Und wenn auch, eiferte Mager, sei es auch so, dass diese Identität durch solche winzigen Abweichungen ein wenig abgeschwächt wird. Es gibt viel Größere, schaltete die Hofrätin nachdrücklich ein. So bleibt doch völlig unangetastet die Andere mit jener sich überkreuzende und von ihr untrennbare die Identität mit sich selbst. Will Sachen mit jener ebenfalls legendären Person, von welcher der große Mann uns noch kürzlich in seinen Erinnerungen ein so innig Bildnis gemacht hat. Und wenn, Frau Hofrätin, nicht bis aufs letzte Titelchen die Lotte Werther sind, so sind sie doch aufs Haar und ohne jeden Abzug die Lotte Goeben. Mein Wertester, sagte die Hofrätin einhalbgebietend. Es hat einigen Aufenthalt gegeben, bis sie die Freundlichkeit hatten, uns unser Zimmer zu zeigen. Es entgeht ihnen offenbar, dass sie uns jetzt so hindern, davon Besitz zu nehmen. Frau Hofrätin, bat der Kellner des Elefanten mit gefalteten Händen, vergeben Sie mir, vergeben Sie einem Manne, der, mein Benehmen ist unverzeihlich, ich weiß es, und dennoch bitte ich um Ihre Absolution. Ich werde durch meine sofortige Entfernung, es reißt mich ja, sagte er, es reißt mich ja, ohne dies von aller Rücksicht und Schicklichkeit abgesehen, längst von hier dahin und dorthin. Denn wenn ich denke, dass Frau Elmenreich bis zu diesem Augenblick sicher noch keine Ahnung hat, da sie bis jetzt wohl kaum einen Blick auf die Gästetafel geworfen und selbst ein solcher vielleicht ihrem schlichten Sinn, und Madame Macher, Frau Hofrätin, wie reißt es mich längst zu ihr in die Küche, um ihr die große städtische und literärische Neuigkeit, brüheiß, dennoch, Frau Hofrätin, und gerade um die herzbewegende Neuigkeit zu vervollständigen, wahre ich es, um Vergebung zu bitten, für noch eine einzige Frage, vierundvierzig Jahre. Und Frau Hofrätin haben den Geheimen Rat in diesen vierundvierzig Jahren nicht wieder gesehen. So ist es, mein Freund, antwortete sie. Ich kenne den jungen Rechtspraktikanten Dr. Goethe aus der Gewandsgasse zu Wetzlar. Den weimarischen Staatsminister, den großen Dichter Deutschlands, habe ich nie mit Augen gesehen. Es übernimmt einen, hauchte Macher. Es übernimmt den Menschen, Frau Hofrätin. Und so sind denn, Frau Hofrätin, Nu also nach Weimar gekommen, um ich bin, unterbrach ihn die alte Dame etwas von oben, nach Weimar gekommen, um nach vielen Jahren meine Schwester, die Kamerätin Riedl, wiederzusehen und ihr auch meine Tochter Charlotte zu bringen, die aus dem Elsass, wo sie lebt, zu Besuch bei mir ist und mich auf dieser Reise begleitet. Mit meiner Jungfer sind wir zu dritt. Wir können meiner Schwester, die selbst Familie hat, nicht als Logiergäste zur Last fallen. So sind wir im Gasthof abgestiegen, werden aber schon zu Tische bei unseren Lieben sein. Ist er es zufrieden? Wie sehr, Frau Hofrätin, wie sehr. Obgleich wir auf diese Weise da rumkommen, die Damen an unserer Tabel tot. Herr und Frau Kamerad Riedl, Esplanade 6. Oh, ich weiß, die Frau Kamerätin ist also eine Geborene. Aber ich wusste es ja, die Verhältnisse und die Beziehungen war mir ja bekannt, nur, dass ich sie mir nicht gegenwärtig, du Grundgüter. Die Frau Kamerätin befand sich also unter jener Kinderschar, die Frau Hofrätin im Vorsaal des Jagdhauses umdrängten, als Werder zum ersten Mal dort eintrat und die ihre Händchen nach dem Vesperbrot streckten. Welches Frau Hofrätin? Mein lieber Freund, fiel Charlotte ihm wieder ins Wort, es gab keine Hofrätin in jenem Jagdhause. Bevor Sie nun auch unserem Klärchen, das darauf wartet, gefälligst ihr Kämmerlein zeigen, sagen Sie uns lieber, ist es weit von hier nach der Esplanade. Nicht im geringsten, Frau Hofrätin, eine Kleinigkeit von einem Wege. Bei uns in Weimar gibt es dergleichen wie weite Wege nicht. Unsere Größe beruht im Geistischen. Vertraue und glaube ich es Bet言う honor, was hat dog at leisu? wir sie nicht in Wege nicht in die fühlte, die willkommen NA ist τε